Die falschen Freunde Bibi und Tina reiten zur Schule. Auf dem Schulhof steht ein Baumhaus. Dort spielen gerne Kinder aus der 1. und 2. Klasse. Komm, wir gehen auch aufs Baumhaus. Nö, lieber nicht. Aber warum denn nicht? Ich habe Höhenangst. Das hört Luzi und lacht Tina aus. Bibi ist hin und her gerissen. Dann rufen die Kinder vom Baumhaus. Bibi und Tina sind Angsthasen. Bibi spürt, dass ihr Verhalten auch ein Auflöser dafür ist und klettert vom Baum wieder runter. Denn ihre Freundschaft zu Tina ist wichtiger als das Beschwätz anderer Kinder.